Acht Dinge, welche ich mir diese Woche an den Märkten ein bisschen genauer anschauen werde. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin der Julian. Bei meinem Kanal geht es darum, dich Kryptofit zu machen. Wir sprechen über die wundervolle Welt der Dezentralisierung, Blockchain, Kryptowährungen und natürlich Makro, das Mikro und viele andere Dinge. Als CEO und Co-Founder einer Kryptofirma hier in Singapur mit mittlerweile fast 200 Angestellten. Wir haben einen Retail-Arm, wir haben den Enterprise-Arm, wir haben einen R&D-Arm, wir haben sogar einen VC-Fonds. Schaue ich mir natürlich den Kryptomarkt einerseits aus der CEO-Sicht an. Ich investiere selbst in den Kryptomarkt seit 2014, also seit fast neun Jahren und schaue mir das natürlich dann auch so ein bisschen als der Privatinvestor an. Gleichzeitig, ich arbeite mit der Regierung zusammen, mit dem Regulator, muss da natürlich auch immer ein bisschen einen anderen Hut nochmal aufsetzen und ich versuche in den Videos immer ein bisschen so diese drei Gesichtspunkte einerseits ein bisschen zu beleuchten. Die kämpfen natürlich auch untereinander. Manchmal denke ich mir so, als libertärer Investor hätte ich gerne andere Dinge, als ich vielleicht manchmal als CEO machen muss. Und ich hoffe, dass ich das dann so gut und so transparent wie möglich auch immer rüberbringen kann. Wie du vielleicht unweigerlich hier erkennen kannst, ich bin zurück in Singapur, war knapp ein bisschen mehr als eine Woche in Europa unterwegs, in Deutschland, hatte dort einiges an Business zu machen und war dann auch bei meinen Eltern in Innsbruck. Hatte dort ein ziemlich cooles Krypto-Event. Hat mich gefreut, so viele von euch in meiner Heimatstadt zu sehen. Also war echt, echt cool. Ich war das letzte Mal vor vier Jahren im Sommer in Innsbruck und ja, ist natürlich auch immer ganz was Besonderes. Doch das ist auch mal so ein bisschen zu sehen. Ansonsten, die Woche war ja relativ ruhig und ja, wie gesagt, ich bin jetzt diese Woche hier, werde am Wochenende dann für einen IC-Event in Norditalien sein. Fliege dann da nochmal ganz kurz zurück und danach bin ich dann wieder hier. Der Grund, warum ich da hin und her fliege, ist, weil wir einfach eine echt wichtige Woche hier haben. Einige sind Launches plus neue Teammitglieder, die rein starten und da ist mir wichtiger, dass ich vor Ort bin. Auch wenn ich gerne so ein Hybrid-Modell habe zum Arbeiten, ist mir eigentlich am liebsten immer, ich bin vor Ort mit den Leuten, ist immer was anderes als wie einfach nur remote. Ja, auch wenn man sich das Ganze so ein bisschen von der Firmenseite anschaut, auch als Investor. Ich glaube Punkt Nummer eins, auch diese Woche. Ich erwarte wenig an Makrodaten. Also es ist zwar ein neuer Monat gestartet, Juni, wir hatten das letzte Woche im Video besprochen, aber es ist jetzt mal so ein bisschen ein schleichender Start. Jetzt generell die Sommermonate immer ein bisschen langsamer, das ist ganz normal. Wird meistens immer erst alles in den September, Oktober dann ein bisschen reinfließen. Aber natürlich haben wir so ein paar Sachen. Vor allem nächste Woche dann, und ich glaube, dass halt diese Woche dann ein bisschen so ein Abwarten ist, haben wir dann die ganzen Inflationszahlen in den USA plus Fed-Announcement nächsten Mittwoch. Und ich glaube, dass da diese Woche einfach jetzt so ein bisschen ein Abwarten sein wird. Das bringt mich zu Punkt Nummer zwei. Das ist eigentlich so wahrscheinlich der wichtigste Event diese Woche. Das passiert gleich heute, Montag. Das ist die Apple-Konferenz. Und vor allem hier natürlich das ganze Thema mit VR-Brille, welche neuen Ideen kommen hier raus. Ich habe übrigens, wenn du in mySea bist, bitte unbedingt deine E-Mail anschauen. Ich habe ein paar Trading-Ideen dazu rausgeschickt. Ich erwähne es nur nochmal das letzte Mal, wenn diese zeitkritisch sind, dann verpassen das die Leute manchmal. Und ich wollte es nur einfach kurz als Erinnerung hier nochmal sagen. Das ist ziemlich zeitkritisch in dem Ganzen. Mal schauen. Vielleicht machen wir ein separates Video im Laufe der Woche ein bisschen, wo wir das ein bisschen reflektieren, was bei Apple abgeht. Wird sicher interessant sein, weil es zum ersten Mal seit langem auch vielleicht wieder ein neuer Produkt-Launch ist. Und von dem her muss man mal schauen, wie sich das dann so ein bisschen entwickelt in dem Ganzen. Punkt Nummer drei hat ein bisschen was mit der Schuldengrenze zu tun. Warum? Weil wir haben das schon öfter erwähnt, dass dieses Anheben der Schuldengrenze nicht unbedingt was Bullisches ist. Vor allem nicht, weil die Treasury ihr Vermögen aufstocken will und es hier zu knapp tausende Milliarden, einer Billion Dollar an Anleihenverkäufen kommen wird. Die sind unterschiedlich gestaffelt von den ganzen Laufzeiten und am Ende geht es darum, Cash zu raisen. Das wird einerseits vom Markt geraiset, das heißt Liquidität wird aus dem Markt gezogen. Normalerweise sollte das den Dollar stärken und alles, was in Dollar gemessen ist, sollte dann leicht abverkaufen, zumindest nicht wirklich aufwerten. Und sonst wird die Fed noch einspringen. Da bin ich gespannt wieder, wie es mit den News aussieht. Das ist ja genau das gleiche wie damals bei der Bankenkrise gewesen, wo auch das Balance Sheet raufgegangen ist von der Fed, nur um danach wieder runter zu droppen. Und die Leute gehen dann immer gleich her und versuchen hier irgendwelche Fake News zu erzeugen und zu sagen, schau, das ist das gleiche wie 2020, 2021. Und dabei ist es was ganz anderes an Liquidität und das wird hier wieder genauso sein, weil man hier ja diese Dollar der Treasury gibt und nicht jetzt irgendwie an den Markt. Und die Treasury saugt diese Liquidität praktisch auf. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so rosig. Das ist ein bisschen anders, als oft viele der anderen YouTuber da draußen erzählen. Aber wie gesagt, jeder ist ein bisschen sein eigenes und für mich am Ende bin ich da einfach Investor. Ich muss als CEO die Entscheidungen treffen und da hilft es mir nichts, wenn ich irgendwie Blödsinn über irgendwelche Videos erzähle, sondern ich muss gute Entscheidungen treffen. Das hat viel mehr Impact als irgendwelche Aussagen auf den Videos. Und Punkt Nummer 4 ist das ganze Thema Digital Currency Group. Etwas, was uns ja jetzt schon fast das ganze Jahr begleitet. Hier war vor einem Monat die Zahlung von der Digital Currency Group an ihre Tochterunternehmen Genesis nicht passiert. Und jetzt sind da 600 Millionen ausständig. Und die Frage wird hier sein, kommt es hier zu einer unfreiwilligen Insolvenz? Mal schauen, könnte diese Woche passieren. Kann auch sein, dass es sich noch ein bisschen verzögert. Digital Currency Group hat ja versucht, hier so ein paar Taktiken noch anzuwenden, um das vielleicht bei einem Gericht ein bisschen rauszuzögern. Mal schauen, das wird ein Thema sein, das uns nicht nur jetzt irgendwie diese Woche betrifft, sondern ich glaube, das wird uns noch ein bisschen länger begleiten. Sollte es tatsächlich hier zu einer Insolvenz kommen, Chapter 11 Bankruptcy, heißt es nicht unbedingt, dass wir jetzt sofort irgendwie Drama erleben. Es ist die Wahrscheinlichkeit dann aber größer, dass Grayscale, also die Kronjuwelen von der Digital Currency Group, irgendwann tatsächlich dann veräußert werden. Die Frage wird sein, wird das als gesamter Fonds veräußert oder als Trust oder wird das Ganze dann tatsächlich liquidiert? Das wäre extrem bearish. Vor allem für den Bitcoin-Preis, glaube ich jetzt aber noch nicht, ist eher zur Zeit so ein bisschen zum Abwarten. Punkt Nummer 5 aus eigener Sache. Mein eigenes Unternehmen feiert am Mittwoch. Vierjähriges Jubiläum hier in Singapur. Es ist eine unglaubliche Reise gewesen über die letzten vier Jahre bisher. Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre und dann auf die nächsten vier und auf die nächsten vier und auf die nächsten vier. Wir werden diesen Mittwoch aber recht wenig feiern. Wir haben nämlich einiges geplant in ungefähr zwei Wochen und möchten das dann erst in zwei Wochen machen. Werden wir auch einiges an coolen Announcements haben. Ein paar sehr, sehr coole Neuerungen und das wird dann erst eher so ein bisschen im Laufe des Monats dann kommen. Punkt Nummer 5. Wir haben aber ein Update für unsere Retail-Kunden bei uns. Ein lang erwartetes Update. Das Ethereum Unstaking. Falls du Ethereum Unstaking willst bei uns, kannst du das im Laufe der Woche nativ machen. Man muss eines dazu sagen, die Warteliste zur Zeit zum Staking ist fast 40 Tage. Warum? Weil Celsius hergeht und zur Zeit alles staked. Wir haben versucht, über unsere eigene Treasury hier Liquidität zu erzeugen. Das dauert natürlich ein bisschen, aber wir wollen schauen, dass auch wenn du neu ins Staking hineinkommst, dass du so schnell wie möglich in das Ethereum Staking hineinkannst. Wenn du also aus dem Ethereum Staking hinausgehst, überleg dir das wirklich gut. Du kommst nämlich erst eineinhalb Monate später circa wieder rein. Das hat nichts mit uns zu tun, sondern es ist die gesamte Ethereum Blockchain, die einfach so einen Stau hat, weil so viele Ether gestaked werden wollen. Das ist natürlich positiv und ich bin auch sehr bullisch, was den Ethereum Preis angeht. Punkt Nummer 7. Levain, unsere Enterprise Abteilung. Hier sind wir voll im Gange, alles voll im Zug. Es ist so ziemlich die einzige Custody-Lösung für große Firmen, wo man End-to-End auf der User-Seite beweisen kann, dass die Kryptografie stattfindet. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu den meisten anderen Anbietern, wo du immer noch ein Vertrauen haben musst, dass das tatsächlich auf der Server-Seite korrekt gemacht wird. Man muss dazu sagen, der Hauptfokus hier ist vor allem Südostasien. Wir werden jetzt ein bisschen auch in den UAE-Raum. Hongkong macht hier gerade auf. Deswegen werden so die Hauptbereiche sein. Und erst dann, wahrscheinlich in einem zweiten Schritt, werden wir nach Europa gehen. Nicht so sehr, weil das jetzt irgendwie, keine Ahnung, wegen irgendwelchen Lizenzen zu tun hat, ist es nämlich überhaupt nicht. Es ist ein Tech-Play, sondern einfach auch für den ganzen Fokus. Und Südostasien, beziehungsweise Dubai und Hongkong sind einfach vom Markt her extrem groß, auch von den ganzen Assets her natürlich riesengroß, deutlich größer als wie Europa. Und USA ist schon extrem kompetitiv. Sehr, sehr, sehr viele Konkurrenten dort. Bringt uns zum letzten Punkt. DeFi-Chain. Hier sollte Meta-Chain ins Testnet-Final übergehen. Das sollte dann die finale Teste der Version sein. Das sogenannte Floppy-Net hat ja ganz viel von diesem Flip-Flop, wo dann immer wieder Updates drauflaufen oder drüber gelaufen sind. Jetzt sollte die finale Testnet-Version hoffentlich diese Woche live gehen. Das wäre natürlich dann sehr entscheidend für die Timeline, dass dann Ende Juni, Anfang Juli tatsächlich das Mainnet von Meta-Chain live gehen kann. Wichtig auch, das gibt es ein bisschen Verwirrung, es ist kein neuer Token oder es ist keine neue Chain oder irgendwas. Es ist einfach ein Layer oben drauf. Weiterhin DFI wird dafür genutzt. Riesen, riesen spannend dafür ist natürlich, dass dann viele Projekte da oben drauf bauen. Viele Projekte, die dann zum Beispiel DOSD burnen. Das sollte dann Bullish für DOSD sein, Bullish für DFI sein. Mal schauen. Hier bin ich sehr zuversichtlich. Ich glaube, dass da ein sehr schönes Momentum entstehen könnte. Wie gesagt, das sind die 8 Punkte. Lass mich wissen, ob ich irgendwas vergessen habe, das du dir sonst anschaust, auf die du dein Auge drauf wirfst. Glaube ich, ein sehr schöner Blickwinkel. Einerseits von der CEO, Investoren, Regulatorik-Seite, wenn man sich diese Dinge alles ein bisschen anschaut. Falls du mehr Wert aus dem Video bekommst, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn du das teilst, wenn du mir ein nettes Kommentar da lässt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, spätestens am Donnerstag, im Live, wo wir alles ein bisschen im Detail noch anschauen. Falls wir uns dann alles dort sehen, freue ich mich. Schöne Woche und sonst ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Dein Julian und tschüss. Dein Julian Dein Julian Dein Julian Dein i